jo leute willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ich habe mir was neues überlegt und zwar ein format in dem ich die geilsten sachen die besten clips besten bilder von den letzten wochen und monaten zusammenschneide und die zu einem video verpacken das ganze nenne ich dann dope shit series und da wird jeden monat oder jeden zweiten monat eine rauskommen und ich wünsche euch viel spaß beim video ich bin ein guter Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. So, das war's vom Video, ich hoffe es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, checkt mein Instagram ab und wir sehen uns im nächsten Video.